... und die ganze Haus. Immer ist schön hier. Und blutig. Mit Tiefen. Oh Gott, schon wieder so komische Geräusche, ich hasse das. Schon wieder irgendwas? Oh fuck. Oh. Mein. Fuck. Was zum Teufel? Ja, wo sind die Leichen hier? Da ist einer. Woah, Rape! Pff. Warte. Ich hab keine normalen Schusswaffen. Außer die Schuppen. Dann wird es nur auf kurze Distanz ist die irgendwie brauchbar. Ah fuck, ich hab noch. Zwei. Was ist das für ein Ort? Checkpoint. Okay, die geben mir ziemlich viel Munition. Wahrscheinlich kommt jetzt die Jungs. Oh ja. Fuck. Ah doch, hat noch gereicht. War ganz knapp, aber hat noch geklappt ihn zu töten. Zwar unlogisch, dass wenn er nicht aufpasst und mich von hinten schlage, dass er gleich stirbt. Und wenn er mich schon entdeckt und mich entschlage, dann ist ihm das scheißegal. So. Okay. Der stirbt doch so. Schon cool. Toll noch so'n Fleischhau... Bluthaufen. Oh shit, naja. Oh shit, naja. Lackernes Licht. Oh, ich dachte ja, das wär fett. WTF, was tust du da? So musst du mich bekämpfen. Du weißt, was geht. Was ist das für eine Waffe? Eine Repetier-Kanone. Der Typ knallt mit einer Repetier-Kanone auf mich. Was ich eigentlich hin? Da war hinten war noch einer, aber ich glaub, da kommt das gleich hier. Bin ich gut. Oder bin ich gut. Steh. Oh man, da war ich hier. Irgendjemand von meinem Nachbarn klopft gerade irgendwann an meiner Wand. Zumindest hoff ich, es ist ein Nachbar. Aber das andere wäre creepy. Oh oh. Wo, 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 wo. Der nächste war doch was. WTF? Weg da, weg da, weg da, weg da. Wieso, wieso stahlen die mich so an? Toll, ich muss durch das Blut. Shit, so einheimlich. Fick. Ah, Fick. Was geht los? Was ist, was ist, was ist? Ich hab das Gefühl, ich verpasse eigentlich. Oh oh. Die hätten uns beide hier in Ruhe lassen sollen. Wer, wer meinst du mit beiden? Dich und... Alma oder... WTF? Oder dich und mich. Oder dein Bruder. So, ich hab das Gefühl, dass ich dorthin muss. Ach toll, geh da dorthin, wo die Schleifspur führt. Hübsch. Okay, Skletter sind kein gutes Zeichen. Oh fuck. Da hängen meine Besten für... Oh Gott. Ich hoffe, sie lassen mich einfach in Ruhe. Ziel wurde in dem Gebiet bestätigt. Halten Sie die Augen offen. Ja gut, komm. Schnapp noch mal. Lass mich los. Au. Reflexbooster. Äh nein. Healthbooster. Okay, da irgendwas sind Feinde. Da. Und dort. Aber. Ah, warte. Burn! Und du auch. Was nachladen? Ja, und dort mach ich mit der Schraubflinther fertig. Ah, schiesst ihn auf mich. Ich hab, ich hab Medi-Packs. Ihr habt er nicht. Ich kann mich rein. Ihr könnt das nicht. Autsch. Oder hat einer so'n Repetiergewähl? Oh. Fuck. Zwinge ich mich in meinem Partikelkanon auszupacken. Ah, schon wieder so Blut. Eine Repetierkanon, oder? Ja. Was ist denn das für ein Ort? Was passiert jetzt? Hoppla. Ah, die Plattform von vorhin. Kommt jetzt runter. Scary. Checkpoint. Checkpoint. Alle Einheiten. Bravo. Crosswalk. Reingehen. Ah, fucker. Ich hab mich gesehen. Metallurg. Komm herh, motherfucker. Komm herh. Komm herh. Komm herh. Come hereh. WTF. Oh, WTF. Das ist unbedingt. Das ist ja billig. Hat jemand Sichtkontakt zum Ziel? Granate! Ja, nein. Aber... Ist das schon wieder so ein Teil? Ist das schon wieder so ein Teil? Oh fuck, das ist schon wieder so ein Ding! Ich habe meine Partikel-Kontrolle, Baby. Oh ja! Ich verstehe. Fuck. So, schnell kannst du gehen. Wieso melden die sich auch nicht an? Ich meine, die tauchen plötzlich so auf. Sie vermasseln mir das. Gut, es sind Söldner. Aber sie haben für diesen Job eindeutig kein Zufallsteam zusammengewürfelt. Das ist eine feste Armee. Sowas habe ich noch nie gesehen. Keiner hat einen Namen oder einen Ausweis bei sich. Aber sie haben Akten über uns. Nur sie, mich, Betters, Chan, wer sie auch sind. Wir haben Beziehungen. Je mehr ich davon sehe, desto weniger gefällt es mir. Amen, Bruder. Amen. Allgemein ein bisschen komische Typen, diese Nightcrawler. Die haben zu viel drauf. Okay, nächste Etage wurde erreicht. Okay, nächste Etage wurde erreicht. Ich spürte, wie sie die Gedanken der Leute sondierte. Sondierte? Sie fanden mich hier, wo ich mich vor ihr versteckte. Ist das zu glauben? Sie wollten mich beschützen. Das war wirklich dumm. Sie ist doch meine Mutter. Ne, versteck dich nicht vor deiner Mom. Ach toll. Bringen wir es hinter uns. Komm, komm. Komm, komm. Komm, komm. Komm, komm. Komm, komm. Okay, nächste Etage. Wie tief geht es denn überhaupt noch? Oh, episch. Toh, wieso gibt es so viele von den Dingen? Haha. So, das Ding da hinten lasse ich einfach. Ah, f***, da ist ja noch eins. Langsam wird ihn anlässlich. Kein Auto einführen. Okay, ich komm, glaub ich, im Boss fährt. Äh, definitiv. Vielleicht so, wie es hier rumliegt. Erledigen wir den Wegsel sofort. Da, ja. Oh, f***, ja, ne aufwärfe. Was auch Partikelwerfer- WTF? Fuck. Oh. Das kann ja nicht überleben. Fuck. Das sind nicht gute Typen, aber verdammt totale Ausrüstungsgegenstände. Der Laser kann da auch nicht mehr viel machen. Dieser Geradwerfer könnte noch mehr. Jetzt her mit dem Scheißteil. So. Ich bin eingekesselt. Hier ist das Ende der Fahnenstange. Oh shit. Okay, das ist gut mit Scheiß. Das ist gut. Oh, totem Laser. Was ist er? Okay, ich habe zwar kein Ding mehr. Das ist aber glaube ich nur noch mal ein. Ich weiß nicht, ich kann immer noch ein Laser sein von so einem Typen. Ah ne, der lebt ja noch. So was du kannst, kann ich ja. So was du kannst, kann ich ja. Was war's? Oh. Was war's? Ah. Ich habe schon mal. Und die glaube ich bestimme noch da. Ich habe ein bisschen Gnatenmunition. Partikel-Waffe, okay. Aber zwar kaum noch Health-Packs und so scheiß, aber wir nehmen, was wir kriegen. Na gut, da ist wieder reichlich was zu mampfen. Ich hoffe, das waren die letzten. Okay. Sehr einladend. Da ist Paxton. Ach was, wir hatten es doch gut. Ich habe meinen Bruder erst an dem Tag kennengelernt, als er mich tötete. Das ist hart. Wir sind eine komplizierte Familie. Finden Sie nicht auch? Bei so einer Mutter? Okay. Tief rein in die Erde. Wie im ersten Teil. Okay. Okay. Sowohl die Neinkrämpfter als auch die Viersträger. Streitkräfte sind im Herzen der Anlage angekommen, einem hochgesichteten Raum auf der tippsten Ebene des Geländes. Nightcrawler Einsatzagenten machen sich daran, Almas DNA aus der Kammer mitzunehmen. Mission, hinden Sie die Nightcrawler Streitkräfte mit allen Mitteln daran, sich Almas DNA anzueignen. Treffen Sie sich an der Inseloberfläche mit Captain Reigns. Intervall 07, Beseitigung, Showdown.